Hallo ihr Lieben, ich bin's, Hilla. Und ich hab auch meine Freundin Amanda dabei. Seht ihr sie? Sie ist da hinten. Ich weiß nicht genau, irgendwie spricht sie heute nicht mit mir, aber ich versuch mal, die mitmachen. Amanda? Amanda, möchtest du mitspielen? Ich weiß nicht, irgendwie hat sie heute keine Lust, sie spricht nicht mit mir. Dann verrate ich euch einfach mal mein Geheimnis. Und zwar geht es um Rennschnecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von denen gehört habt. Schnecken können eigentlich nicht laufen. Ja, das weiß doch wirklich jedes Kind. Doch. Rennschnecken, 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 Sausen durch die ganze Welt. Rennschnecken, 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 nichts gibt's, was sie hält. Jetzt ist sie immer noch nicht wahr geworden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao radstatulleimento thểil Fernandoacha. Tschüssi. Vielen Dank.